Die New England Patriots waren in Runde 2 und 3 am Samstag, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, waren sie shoppen. Herr Werner, was ist denn alles im Einkaufskorb? So, ich hole mal den Einkaufszettel hier raus. Die Patriots mit dem 37. Pick, der erste Pick in der zweiten Runde. Safety Carl Dugger von Lenore Ryan, den hattest du in deiner Top 5 Safety Position. Dann an der 60. Stelle Linebacker von Michigan, Josh Uche. Uche, uff. Genau, an der 87. Stelle Edge Rusher und Fanny Jennings von Alabama, die Nummer 33, die auch echt unter Under the Radar gegangen ist, in dem ganzen Draft-Process, weil da so viel Talent war in der Defense. Und jetzt an der 91. Stelle Devin Aziazi, so wird er ausgesprochen, habe ich mir extra hier rausgesucht auf Google. Titan von UCLA, war damals bei Michigan, zurückgetransfert nach Kalifornien, wo er herkommt. Und dann mit dem 101. Pick, noch ein Titan, Dorton Keane, Virginia Tech. Hau raus. Ja, was soll ich sagen. Die New England Patriots mussten aufgrund ihrer Salary-Cap-Situation sich wirklich mit vielen Picks in diesem Draft verstärken. Und was soll ich sagen, Bill Belichick hat mit diesen Picks in der letzten Nacht wirklich sich gute Blue-Color-Blue-Chip-Jungs an Start geholt, die unter dem Radar fliegen, aber in seinem System sehr erfolgreich sein können. Und ich glaube, wir sollten mal so Position für Position schnell durchgehen. Wer sind die Typen und passen sie zu Bill oder nicht? Der erste, Kyle Dugger, der Safety von Lenwar Ryan, Division 2. Ich habe ihn in meiner Top 5 gehabt. Absurder Athlet, hat in einer schlechten Competition gespielt. Ja, Björn, glaubst du, das ist ein Day-One-Starter? Ja, ich kann das sehen. Auch wenn er natürlich in der Division 2 gespielt hat. Patrick Chang ist der Ersatz. Das ist der typische Patrick-Shang-Ersatz. Und du hast das Gefühl, mit dem... Aber in viel athletischer. Viel athletischer Form. Aber natürlich wahrscheinlich noch nicht so schlau oder up to speed wie Patrick Chang. Aber mit dem Coaching von Bill Belichick, das sehen wir jedes Jahr. Die Draftpicks in der zweiten, dritten, vierten, fünften Runde sind immer Gold wert, weil Bill Belichick weiß, was er tut. Wenn einer weiß, wen er draftet, ist es Bill Belichick. Und ich bin gespannt mit diesem Pick. Ich kann es sehen, dass er sehr früh auf dem Feld steht. Okay, dann sind sie mit den nächsten beiden Picks dann weiter in der Defense geblieben. Outside Linebacker. Beide Passrusher. Uche, hast du dir den Typen mal angeguckt? Ja, ich habe mir heute Morgen natürlich alles angeguckt, wo ich aufgestanden bin. Alle sagen gerade das Gleiche. Das waren natürlich die beiden Ersatzspieler gerade für Jamie Collins und Calvanoi, die abgehauen sind. Um es einfach zu machen, an Ferney Jennings, der danach, also der sozusagen nach Josh... Uche, Josh, Uche... Jason, nee, Josh, Josh, Uche. Josh, gedraftet wurde, ist mehr der Edge-Rusher, der traditionelle Passrusher wie in Calvanoi. Der wird in der 3-4, du siehst, der wird zum Quarterback gehen. Und Josh Uche von Michigan wird mehr der Jamie Collins-Athlet, der kann alle Positionen spielen. Und es ist unfassbar, wie man es einfach sieht, wie Bill Belichick seine Defense sozusagen plant. Und genau so hat er gedraftet mit den ersten drei Picks, mit denen er verloren hat, mit den Spielern, die er verloren hat. Ich kann dir sagen, Josh Uche von Michigan, der war dann nur ist gut. Ich glaube, er hat im letzten Jahr noch irgendwie acht Spiele gestartet, war aber eher so der Rotational Passrusher. Er ist undersized, ich glaube, der ist 1,86 Meter oder so groß, nicht mal 110 Kilo. Also ist eher ein Outside-Linebacker, hat aber mit der Hand im Boden war er Passrusher. Der Typ ist super athletisch und wenn du dir seinen Highlight anguckst, sagst du, wow, shit. Aber natürlich nicht konstant auf hohem Level Production. Hätte er das, was er, wenn er drin war, als Rotational Passrusher das ganze Jahr immer abgeliefert, holy shit, dann wäre er als Outside-Linebacker wahrscheinlich noch eine Runde früher gegangen. Aber du siehst eine Menge Potenzial, undersized, genauso wie der andere Outside-Linebacker, den sie sich geholt haben. Ich habe sofort, als ich mir das angeguckt habe, heute früh morgens, habe ich gesagt, Rob Ninkovic. Kannst du dich noch an den erinnern? Ja, von Purdue, natürlich. Rob Ninkovic, undersized, auch 6 Fuß 2, 250 Pfund, mehr so ein harter Arbeiter, Grinder. Auch der zweite Outside-Linebacker, mir fällt gerade sein Name nicht ein, den sie in der dritten Runde gepickt haben. Chase Vinovic von Michigan. Nein, 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 ich meine jetzt dieses Jahr. Uche und wer war der andere, den sie gedraftet haben? An Fernie Jennings von Alabama, die 33 von Alabama. Ja, Fernie Jennings mit der 33 von Alabama. Set it the edge, sehr gut. Ist aber jetzt nicht so der super Pass-Rusher, aber gut gegen den Lauf. Und solide, smart, auf den kannst du dich verlassen. Uche ist mehr so der Athlet, das ist der Jamie Collins-Ersatz. Und Fernie Jennings ist der Calvin Neuer-Ersatz. So, das ist sehr interessant. Er hatte in seinem letzten Jahr bei Alabama, hat der, glaube ich, 8,5 Sacks. Also er kann Pass-Ruschen, aber in so einer Stack-Defense, wo sehr viel Draft-Talent ist, fällst du sehr schnell under the radar, weil Scouts, normalerweise sagst du, es kann doch nicht sein, dass 11 Spieler in der Alabama-Defense alles Draft-Prospects sind. Deswegen, wie wir es gesehen haben, Überraschung mit den Ohio State Buckeyes, beide Cornerbacks, der zweite Cornerback, auch in der ersten Runde. So eine Überraschung kommt jedes Jahr. Und da hat wieder Bill Belichick zugestanden. Aber eigentlich, also wir können sagen, der erste Dagger ist interessant, ist ein Boom-or-Bust-Pick, würde ich fast sagen. Die beiden Nächsten, die beiden Outside-Linebacker Jennings und Uche sind für mich sehr, sehr gute Picks, weil das Under-the-Radar-Typen sind. Das sind Spieler, wo du nach zwei Jahren sagst, Mensch, die hatte ich gar nicht drauf. Jetzt produzieren die richtig. Aber lass uns jetzt mal über die Titans sprechen. Ja, du Laberlauch, du Laberlauch. Wir wollten hier nur kurz rübergehen, das ist halt, wollten wir uns für einen Podcast aufhören. Aber du gehst schon wieder so ins Detail. So, die nächsten Picks, beide, die trainen hoch für zwei Titans. Devin Asiasi von UCLA im letzten Jahr sehr produktiv, über 600 Yards Receiving. Das ist für einen College-Titon produktiv und vier Touchdowns. Dann mit dem nächsten Pick. Das war die größte Überraschung, glaube ich, bei allen New England Patriots-Fans. Dort ein Keen von Virginia Tech, auch ein Titan. Und er hat pro Saison, keine Ahnung, ich glaube, er hat nicht einmal mehr als 250 Receiving Yards gehabt bei Virginia Tech in einer Saison. Aber er ist ein guter Blocker. Viele haben ihn gesehen in der fünften, sechsten, siebten Runde. Aber wenn, ich sage es dir, wenn Bill Belichick sich ein Spieler holt, dann bin ich der Erste, der raufspringt und sagt, okay, da ist die Chance sehr hoch, dass es ein Starter wird oder ein guter rotational Spieler für die Patriots. Auf jeden Fall. Sie haben, wenn du die Top-10-Titans sozusagen auf dem Draftboard dir anguckst, sind beide in den Top-10. Asiasi, glaube ich, sogar in den Top-5, wenn mich nicht alles täuscht. Und du hast ja einmal den Pass-Receiving-Titant und dann hast du in dem zweiten Titan-Pick einen, der der klassische Age-Back ist. Leider, muss ich sagen, wird es dann hart für Josh Jacobs, aber auch für Devlin, der verletzt war dieses Jahr. Weil der zweite Titan-Pick ist jemand, der kann Fullback spielen, der kommt aus dem Backfield, zweiter Titan. Und wir wissen, die Patriots lieben es, wenn sie zwei gute Titans haben. Wir denken an Hernandez, der auch eher der Age-Move-Guy war und Rob Gronkowski. Jetzt müssen wir nicht davon reden, die beiden sind jetzt nicht Gronkowski und Hernandez, aber shit, who knows? Ja, die Patriots hatten einen Großeinkauf und wir sind gespannt, was noch passieren wird in den nächsten Tagen. Also, Herr Werner, noch irgendwelche letzten Worte? Tschö, mit Öl.